Heute Fehlkoch-Sondersendung Gastkoch bei Freunden. Heute gibt es Schützengraben-Spaghetti. Ja man. Kornebief, Zwiebeln, Knoblauch. Legendäres Rezept. Die beste Zutaten. Pökelfleisch, Zwiebeln, Knoblauch. Nur das Beste. Kitty-Cut. Jetzt mit ins Hühlen rein. Schön geschnitten, oder? Wunderbar. Automechaniker-Stell. Keine Sprache noch bis auf, bis du Filz hast. Hermann, nach mal. Nein. Tu noch ein bisschen Öl rein, bitte. Also nicht braun werden lassen, bloß ein bisschen so glasig. Versteckst du dich? Ah, die fressen Viecher auf. Jetzt haben wir schon Power drinnen. Ja. Schön geschnitten mit Zwiebeln. Schön geschnitten mit Zwiebeln. Schön geschnitten mit Zwiebeln. Der Hermann ist der Nudelrührer. Schau. Nudelrührer. Der Chefkoch von der Feuerwehr. Der Chefkoch von der Feuerwehr. Wieviel Mann kochtst du immer ab und zu? Ja. 40, 60, 70 Tage. Ja, leck mal auf. Das ist eine Menge. Ja. Ja. Da muss keine Beef dazu. Nicht so kleine Stücke, weil das zerfällt sowieso. Das schmilzt dann richtig. Du weißt, das fällt richtig auseinander. Wenn man so Hitze kriegt. Da bin ich gespannt. Das ist ja so ein Notessen. So ein Vorratsessen. Jetzt löst du sie schon auf. Du kannst ja mal die Tomatendosen aufmachen. Das nochmal zu dois. cccccccccccccccccccccc. Okay. So, jetzt kommen die geschälte Tomatenpizza. Pfeffer. Salz brauchen wir eigentlich keins, weil das Kornepf ist salzig genug. Wenn die Nudeln abseilen muss, muss das sagen. Ja, die Nudeln, wenn sie fertig sind, kannst du abgießen. Kann man Unkraut bekämpfen damit? Lass uns ein bisschen aufkochen. So wird biologisch Unkraut bekämpft. Pass auf, verstehst du? Du hast Wasser. Fischig. Mal schauen, ob du Kornepf da wischen. Hier mit deinem Teller. Feinste. Ja, nicht so große Portionen auf. Es ausschaut, dass wir mir gierig waren. Wer weiß, wann es wieder was gibt. Ja, ja. Was die Engländer alles erfunden haben. Du brauchst nicht so viel Aufstand. Okay, dann kriegst du eine Katzenportion. Das ist unser Kornepf schon mehr. Ja, jetzt. So, Hermann, du und ihr denkst jetzt probieren. Portion 1,50. Wenn wir 2 Euro verlangen. 100 Jahre halten. Ein Traum. Miau. Mhhh. Mhhh. Klingt netzer überzeugend. Ein bisschen Pfeffer noch. Ist warm und macht den Bauch voll. Genau das Wichtigste.